Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Overwatch Ranked. Mein Name ist Floma und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und ja, das letzte Spiel ist ja gewonnen worden und das... Ne, Quatsch, die möchte ich nicht spielen. So, und diese Siegesserie von einem Sieg möchte ich jetzt gerne fortsetzen. Das wäre wirklich schön. Wenn ich das schaffen wollte, dann bin ich glücklich. Und die Chancen stehen jetzt auch nicht so schlecht. Mit Symmetra kann man in der Verteidigung eigentlich nirgendwo was falsch machen. Jedenfalls am Anfang nicht. Schön alles mit den Törnfamilien und hoffen, dass man nicht vom eigenen Leuten abgeschossen wird. Jetzt muss ich nur überlegen, wo ich die hinsetze. Na ja, sagt er entweder da oder da drüben. Ich würde sie aber ganz gerne nochmal kurz... Na komm. Erstmal hier hinsetzen. Um ein bisschen Schutz zu haben. Und mehr in die Mitte. Auf jeden Fall mehr in die Mitte. Na komm. Und weil so... Kriege ich den noch? Ne, den kriege ich leider nicht, weil ich schnell genug war. Ich versuche es trotzdem. Als Anreifer lehrt sich. Sehr schön. Habe ich noch gekriegt. Dann kann ich jetzt hier schön meine... Sphären hier losschicken. Und hoffen, dass die Türme lange genug am Leben bleiben. Oh, der ist schon zerstört. Scheiße. Ist er? Aber wenigstens ein Mech zerstört. So. Okay. Und dann setzen wir die jetzt hier ein. Die Türme. Oh, da ist wieder jemand. Der mit uns sprechen will. Ich habe kein Wort verstanden. Okay. Ist er. Was? Hm. Ne. Was? Cool. Ach, shit. Da haben wir natürlich nicht aufgepasst. Jetzt sind sie einfach hinter uns gesprungen. Boah, ärgerlich. Ärgerlich. Da habe ich auch gar nicht aufgepasst. So, jetzt ist natürlich Symmetra völlig fehl am Platz. Alter, warte mal. Ne, 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 ne. Ich, äh, ich versuche es doch nochmal. So, komm. Wollen wir mal gucken, ob das wirklich so hoch oder so ist. Oh, ich liebe dich, du bist so nett. Du kannst dich über das. Hahaha, schade. Oh je, die haben wir uns überrannt. Die haben wir uns überrannt, aber sowas von. Was haben wir denn? Na ja, so viel besser sind die gar nicht, aber... Mist. Ah, Entschuldigung, jetzt habe ich ja gegen den Tisch gehauen aus Versehen. Okay, das war dumm. Und die haben noch so viel Zeit übrig. Oh, 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 oh. Okay. Jetzt überlegen. Wie machen wir das? Äh, 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 jay hat, äh, 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 ich weiß noch nicht, wen ich nehme. Wen nehme ich? Ähm, ähm, Schaden brauchen wir am Anfang auf jeden Fall. Ich gucke mal, dass ich das wieder mit der Anna mache. Und ja. Also auf jeden Fall Sniperfähigkeiten. Und die Granate, die ziemlich geil ist. Ah, das ärgert mich, dass die hinter uns gegangen sind. Mann, 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 Mann. So. Nice. Hahaha. Ist ja ein geiler Skin. So. Tempo Boost. Nice. Oh, shit. Nein. Ah, das war blöd. Oder, ach wohl, nee, geht das in 22 Sekunden los. Hallo. Hm. Hallo. Oh, wie schön. Ja, komm. Hey, ich muss mal kurz hier rüber gucken. Da ist da bestimmt jemand oben drauf, oder? Nö. Okay. Da oben? Auch nicht. Äh, somebody needs... Careful on the left side, behind you guys. There is, uh, I think it's a McCree. Mist. Scheiße. Ich hab's nicht getroffen, ey. Nice. So. Wo haben wir sie? Leute, ich krieg'n... Ich hab's nicht getroffen. Okay. Das bringt hier gar nix. Ich hab's nicht getroffen. Oh, Mann. Heute sind wir alle Soldaten. Versuchen wir's mal mit ein bisschen Angriffspower. Hier ist doch wieder jemand unterwegs, der hier nicht hingehört. Hier ist doch wieder jemand unterwegs, der hier nicht hingehört. Hier ist jetzt vor Ort. Vorsicht! Mist. Scheiße. Mann! Ah. Okay, warte. Ah, ne, wer haben wir jetzt schon... Ah, ne, Mercy haben wir noch nicht. Gut. Dann wollen wir mal versuchen, dass ich irgendjemand am Leben halten kann. Äh... Vielleicht kann man ja damit was machen. Mh... So. Komm, 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 komm. Komm. Ich hab dich. Sehr gut. Oh. Jetzt krieg' den nochmal. Oh, 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 oh. Das war's schön. Hm. Da sieht's echt schlimm aus. Warte mal kurz. Komm, komm, komm. Ich heule nicht. Nein. Nein. Scheiße. Ich dachte, der hat schon geschossen. Ach, Mann, ey. Ich hab... Ich hab... Ich dachte, ich hatte den Schuss schon gehört. Ärgerlich. Aber ich finde, wir sind echt gut vorangekommen. Nicht so schnell und gut wie die anderen, aber... Du solltest nicht wenigstens mal sterben. Du solltest nicht wenigstens mal sterben. Hm, 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 hm. Jetzt muss ich schon wieder so ewig laufen. Wieso wär's hier? Okay. So, wir haben mal kurz Angst gehabt. Aber so lassen wir uns hier nicht abspeisen. Komm, 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 komm. Ich heile dich! Shit. Oh, damit hab ich nicht gerechnet. Der ist ja so weit weggesprungen, aber gut. Das ist natürlich auch blöd, dass ich direkt drin stehen bleibe. Ah, aber so schlecht sieht's gar nicht aus. Uh. Bin am Angriffsziel. Sammeln an meiner Position. Leute, macht weiter. Das wird natürlich super schwer, aber, äh... Ich bin unterwegs. Mist. Ich kann dich nicht. Scheiße, scheiße. Ich muss mal kämpfen, bis der Arzt kommt. Mein Ultimate braucht noch ein bisschen Schnauze und keinen Mucks mehr. Oh, Kinder. Scheiße. Ah, so knapp dran, ey. Schade, schade. Boah, ich denke, war mir aber gut gehalten. Leute, wartet auf mich. Ah, ich hab mein Ultimate schon da. Aber wenn ich zu weit weg bin, um euch irgendwie zu helfen, dann kann ich da auch nichts machen. So. Alter. So. Gebt mir echt Mühe. Oh, ist ja ein Ulti vorbei. Die trauen sich nicht. Ich fliege dich wieder zu. Jetzt gibt's was auf die Ohren. Schlafen. Freunden. Helden sterben nicht. Ah, komm. Leute. Wir müssen mal schön aufpassen. Oh, oh, oh. Scheiße. Sehr gut. Los, Leute. Hol den euch. Scheiße, scheiße, scheiße. Nein, 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 nein. Ach, Mann. Mist, ey. So nah dran. So nah dran. Ich will nicht so verlieren. Ich will nicht so verlieren. So. Mist. So. Shit, 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 shit. Los, komm, komm, komm. Mist, kann ich nicht holen. Ja. Scheiße. Komm, 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 komm. Komm, rüber. Nein. Mann, der ist aber auch echt stark mit seiner blöden Knarre, echt. Und einen netten Headshot. Kriegen wir das noch hin? Kriegen wir das noch hin? Meine Klingel erwartet den Fall. Es sieht fast nicht so aus, Leute. Es wäre so schön. Los. Kommt, es wäre so geil. Noch eine Chance. Ja. Ja. Alter. Alter, das war knapp. Nicht schlecht. Uh, wir kriegen noch zwei Minuten. Okay. Verziehen Sie Verteidigungsstellung. Okay, Verteidigungsstellung. Was machen wir? Okay, was ich auf jeden Fall wieder versuche, ist am Anfang Symmetra zu holen. So gut wie möglich da die Türme einzusetzen und dann schnell zu wechseln. Das wäre auf jeden Fall... Aber wo setze ich hier ein? Ich glaube... Ich glaube, ich setze... Ich weiß nicht, wie weit müssen wir denn weghalten? Ich mache die, glaube ich, direkt am Punkt. Weil, äh... Ja. Direkt... Direkt am Punkt. Verteidigungsfeld. Ähm... Damit man ja ein bisschen Zeit gewinnt. Das wäre sonst echt blöd. Stimmt, Schilde kann sie ja auch. Mann, das vergesse ich immer. Sogar richtig schnell. Viele. Aber erstmal dann... So. Ach, Mist, ist ja jeder Mist gebaut. Angreifer in 30 Sekunden erwartet. Kommt ein wenig genug ab. Selbstschlussanlage verreicht. Ich mache verschillen. So. Da habe ich sie hingesetzt. Ich mache sie nicht genug noch. Anstrenger! Hierher! Ähm... Hier. Sicherheitssystem platziert. Ich mache... Komm, komm, komm. Drei. Zwei. Eins. Anstrenger! Probieren wir erstmal hier. Selbstschlussanlage eingerichtet. Ich brauche es hin. Ich habe es nie genug abgemacht. Komm schon. Gut verteidigen. Wir müssen jetzt alles geben, um irgendwie... ...um zu verteidigen. Komm schon. Ja, ja. Ich habe es gemerkt. Mist. Fuck. Jetzt kommen sie von der anderen Seite. Okay. Gut. Jetzt muss ich schnell... ...nehme ich da... ...nehme ich schnell Mercy. Ähm... ...nehme ich schnell Mercy. Komm, na los, komm. Beeil dich. Oh, ist die lahm. Ist die lahm. Gibt es ja gar nicht. Ja, dass... ...die da schnell drüber wollen, das war mir schon klar. Shit, ey. Komm. Komm, komm, komm. Neee, shit. Nein. Ah. So ein Scheiß, ey. Komm, 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 komm. Das wäre echt super, wenn wir das halten würden. Das wäre so geil. Komm schon. Sie nehmen unsere Punkte ein. Nein, sieh zurück. Komm schon. Sehr gut. Sehr gut. Ich bin stolz. Oder dir mal einen guten Uli eingesetzt. Das wäre so geil. Oh, dieses Potenzial. Ich blieb für dich, bitte zu sehen. Komm schon. Shit, 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 shit. Einmal Lucio. Nö. Gut. Lucio kann wenigstens noch nebenbei ein bisschen feuern. Ich glaube, den nehme ich da mal ein bisschen jetzt rein. Ist zwar jetzt nicht irgendwie der Beste im... Also der heilt nicht so stark, aber dafür alle. Und nice gemacht. Sehr schön. Komm schon. Fuck, 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 fuck. Komm, 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 komm. Da oben ist... Scheiße, scheiße. Nein! Oh, ich war doch in der Ecke. Ich war doch in der Ecke. Ach, komm. Ach, komm. Shit. Ach, komm. Ist nicht fair. Ah, aber wir haben den Angriff gut abgewehrt. Komm schon. Und unser Bäschen macht richtig geilen Charme. Scheiße. Alter. Alter, nicht wahr. Alter, nicht wahr. Nicht wahr. Och, nö. Scheiße. Scheiße. Und ich bin natürlich jetzt genau der Falsche, echt. Mach den Akku aufzuladen. Ja, auf, es geht. Ich habe diesen Akku aufzuladen. Ah, nein. Hier wird es sein, ja. So, Leute. Ich weiß jetzt nicht, ob es besser ist, hier vielleicht die Anna zu nehmen, weil wenn dann hier konzentriert die Leute raufkommen, könnte das fast besser sein, Anna zu sein. Komm schon. Fuck, kommt. Du musst doch tot zu kriegen sein, Leute. Ah, das war so gut gekämpft, echt. Oh, Mann. Ach, wie schade. Echt. Echt. Oder haben wir das nochmal? Nee. Wie geil ist das denn? Ich glaube, es ist ein Marsch auf der leften Seite, auf der righten Seite. Sehr gut. Nice. Großartig. So, da kommt jetzt auf jeden Fall gleich jemand. Komm schon, komm schon. Jetzt wird's massiv. Ui, ui, ui. Alter, komm, den muss man doch kriegen, ey, die blöde Kuh. Komm, 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 komm. Nein. Ah, scheiße. Ah, scheiße. Oh Gott. Es ist so ein epischer Kampf, es ist unglaublich. Also ich würde mal sagen, selbst, selbst wenn ich den, wenn ich den nicht verliere, dann, oder wenn wir den, den verlieren, dann ist alles gut. Oh. Aber sowas von, ja. Es ist unglaublich. Es gibt's gar nicht. Es gibt's gar nicht. Okay, wir müssen jetzt aber auch zwei einnehmen. Und wir sind jetzt angriffen. Ähm, ich versuche jetzt das mal weiter als, als Lucio. Boah, ich brauche eigentlich was zu trinken, aber. Aber dieses Match ist einfach episch. Ja, jetzt mal hier nicht, ist nicht Schwarzmannerei. Wir schaffen das. Okay, du musst nicht ein Partypooper sein. Wir haben zumindest diesen, oder? Ich freue mich auf die künftige Zusammenarbeit. Oh, okay. Und wir können es winnen. Also, look on the left side, uh, that's what they did earlier. Like, three of them were on the left side. Okay, und es endet up being only hamster. Oh, well, later. Okay. Und. Da oben? Ne, gut. Und jetzt schön heim. Okay. Scheiße. So sieht's nämlich aus. Ui, alter. Gut positioniert. Gut positioniert. Wie kommt man da rüber? Ja, ja, ist ja gut. Einfach rein chargen. Und ich muss vor allen Dingen jetzt hinterher. Geht mal, Mann. Ja, genau. Sehr gut. Geht auf, es geht. Wir setzen vor Haus. Vorsicht. Wir können ja fucking go, mit dem fucking Schilder. Ich muss nicht. Fuck, 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 fuck. Komm, 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 komm. Ja. Jetzt wird's massiv. Uff. Gut reingecharged. Nice. Großartig. Uh, wo ist er denn hin? Leute, da ist ein Roller, ja. Oh. Alter, kann man trotzdem stolz sein auf diese, auf dieses Team. Äh, was echt geil gekämpft hat. Und so war es nochmal gegen so ein krasses Team irgendwie. Nice. Trotzdem. Wunderbar. Good, good game. Jetzt bin ich mal gespannt. Okay. Wie ist ein Angriff? 1,30. What? Im Angriff. Ich fass es nicht. Okay. 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 Ähm, ja. Ist zu sad. Alter, alter. 1,30. Any plans? Well, I mean, we did quite good this time, right? Two minutes. Two minutes. No, 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 no. Ja, aber wir hatten zwei Minuten und wir getan haben. Angriffsphase beginnt in 30 Sekunden. Yes, we did. Ei, ei, ei. Okay. Blöd natürlich, dass wir jetzt wieder im Angriff sind mit 1,30. Das ist... Das ist echt... echt die schwerere Seite. Ich glaube, wir hätten mehr Chancen gehabt, wenn wir jetzt in der Verteidigung gewesen wären. Shit. Shit. Nein. Scheiße. Ähm. Oh, nee. Ich brauche Lusion. Scheiße. Fuck. Ich war nicht schnell genug, echt. Wie sieht es aus? So, dann gehe ich mal hoch. Zur Tracer. Komm, 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 komm. Nice. Scheiße, 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 scheiße. Aufpassen. Fuck, 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 fuck. Komm, 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 komm. Oh, nein, komm, 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 komm. Kriegen wir das noch? Kriegen wir das noch? Oh. Ich klasse es nicht. Oh, nein, komm. Nein. Ah, scheiße. Ah, es war so knapp. So nah, aber sehr gut. Danke, Leute. Und dann gucken wir uns mal das Highlight an. Es war ein großartiges Match, auch wenn es verloren ist, aber trotzdem gigantisch groß. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann gerne einen Daumen nach oben. Wenn dann nicht, dann einen Daumen nach unten. Und wenn ihr mir ganz doll helfen wollt, dann abonniert meinen Kanal. Ja, vielen Dank für's Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Roma. Tschüss. 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 Tschüss.